Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hören Sie mich! Sie müssen sich konzentrieren! Ich verliere gleich Sechskontakt! In der Fall, Sie gucken sie nicht mehr auf! Sie müssen sich ausklinken! Ich kann sie nicht mehr sehen! Klinken sie sich aus! Ich war so satt! Ich war so satt! Justy, Sechskontakt ist doch das Don verloren! Sechskontakt ist doch das Don verloren! Hören Sie mich! Ja, ja, ich höre, ich bin aufgetrennt! Ihre Position! Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht! Ich drehe mich so schnell! Ich kann nicht mehr! Gehen Sie mir Ihre Position! Es geht nicht mehr! Es geht nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Was sehen Sie? Das habe ich doch gesagt! Ich sehe nichts! Können Sie die Explorer sehen? Nein! Sehen Sie die ISS? Nein! Sie müssen sich konzentrieren! Ganz egal was komme! Es ist so schnell! Ich kriege keine Luft! Ihre Koordinaten! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Sie atmen zurecht! Sie verbrauchen zu viel Sauerstoff und das wollen wir nicht! Nein! 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 Wo ist Ihr Zuhause, Dr. Stone? Next, Eric Illini. Gibt es da unten jemanden, der an Sie denkt, wenn er nach oben schaut? Ich hatte eine Tochter. Ein kleines Mädchen mit braunen Haaren. Sagt ihr, dass ich nicht aufgebe? Nein! 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 Nein!